Herzlich Willkommen zu meinem neuen Video. Das Thema heute sind die Handgelenke. Du würdest gerne Übungen in der Liegestützposition machen, aber dir tun die Handgelenke weh, dann habe ich ein paar tolle Übungen für dich. Stütz dich bitte in einem Vierfüßlerstand ab und schaukle mal einfach mit dem Oberkörper nach rechts und nach links. Übe einen schönen Druck auf das Handgelenk aus. Übung Nummer 2. Wieder dieselbe Ausgangstellung, aber diesmal schaukelst du nach vorne und nach hinten. Versuch immer weiter nach vorne die Bewegung zu gehen, immer mehr Druck auf das Handgelenk auszuüben. Übung Nummer 3. Dieselbe Ausgangstellung, Knie weiter nach hinten und jetzt kreisen wir mit dem Oberkörper. Schöne, große Kreise. Natürlich wechseln wir auch die Richtung. Hier ist es auch wichtig, dass du viele Winkel erwischst, dass dein Handgelenk gut vorbereitet wird. Übung Nummer 4. Das ist die anspruchsvollste Übung. Du drehst dein Handgelenk über Außenrichtung Knie und dann schaukelst du nach vor und zurück, wobei die Rückwärtsbewegung die wichtigere Bewegung ist. Geh ganz weit in die Dehnung und übe trotzdem Druck auf das Handgelenk aus. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ich wünsche dir viel Erfolg. Das ist auch eine Geh-J доступ. Untertitelung des ZDF, 2020